In den letzten Jahren der Corona-Pandemie ist ein diagnostisches Mittel aus der Biochemie besonders präsent geworden. Aber was genau ist mit den Corona-Teststäbchen passiert, wenn sie ins Labor geschickt wurden und woher wissen wir, ob die getestete Person Träger von SARS-CoV-2 ist. Hierbei hilft uns die Polymerase-Kettenreaktion, auch PCR genannt. Eine Gemeinsamkeit, die sich dafür zu nutzen gemacht wird, ist, dass in Viren, pflanzlichen und tierischen Zellen sowie in Bakterien die DNA bzw. RNA zu finden ist. Isolieren wir einmal das Erbmaterial aus einer Zelle, dann wird schnell deutlich, dass verschwindend geringe Mengen vorliegen. Genau gesagt sind das etwa 6 Picogramm in einer Zelle. Das entspricht umgerechnet 6,0 mal 10 hoch minus 3 Nanogramm pro Zelle. Das ist nicht nur in der Theorie schwer vorstellbar, sondern auch in der Laborpraxis eine Herausforderung. Ziel der PCR ist es deshalb, die Menge der DNA bzw. RNA so zu vervielfachen, dass damit weitergearbeitet werden kann. In Einheiten ausgedrückt werden für das Labor Mengen im Nano- bzw. Mikrogramm-Bereich benötigt. Wie die Vervielfachung, auch Amplifikation genannt, bei der Polymerase-Kettenreaktion abläuft, ist im Folgenden zu sehen. Die PCR besteht klassischerweise aus drei Schritten. Erstens die Denaturierung, bei der die vorliegenden DNA-Doppelstränge bei einer Temperatur von etwa 95 Grad Celsius aufgebrochen werden. Zweitens dem Inneeling bei 50 Grad Celsius, bei dem die freiliegenden Primer, also die komplementären Stücke der Startpunkte, an denen eine DNA-Sequenz amplifiziert werden soll, binden. Und anschließend drittens der Elongation bei 72 Grad Celsius, bei der eine hitzestabile Polymerase an den Primern ansetzt und die entsprechenden Nukleotide hinzufügt. So wurde in einem Zyklus aus einem Doppelstrang zwei Doppelstränge hergestellt und es beginnt von vorne. Schauen wir uns die Menge des Erbmaterials in Abhängigkeit der Zyklen an, stellen wir fest, dass sich die Menge ab einem bestimmten Zeitpunkt exponentiell vermehrt. Wenn keine Bauteile für die Amplifikation mehr vorhanden sind, stagniert sie bei hoher Zyklenzahl. Wie diese Kurve genau aussieht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So bestimmt zum Beispiel die anfänglich vorliegende Menge des Erbmaterials, ob bzw. wie viele Zyklen durchgeführt werden, um eine bestimmte Menge zu erreichen. Welche Zutaten für eine PCR benötigt werden, soll hier einmal aufgezählt werden. Die isolierte DNA bzw. RNA, die bereits erwähnten Primer und Nukleotide, einem Puffer mit Magnesium, in dem die Polymerase optimal arbeiten kann, sowie Wasser, um den PCR-Ansatz auf eine definierte Menge aufzufüllen. Um einen klassischen PCR-Ansatz mit einem Volumen von 50 µL herzustellen, ist hier einmal die Zusammensetzung aufgeführt. In der Praxis müssen allerdings einige Punkte beachtet werden. So können die gelieferten Lösungen manchmal anders konzentriert sein. Außerdem sollte man die Polymerase immer als letztes hinzugeben, um so unspezifische Reaktionen zu vermeiden. In jedem Fall sollte immer das Datenblatt kontrolliert werden, um den richtigen Ansatz herzustellen. Da in der Regel nicht nur ein Ansatz benötigt wird, stellt man einen sogenannten Mastermix her. Dafür werden die benötigten Reaktionen inklusive eines Sicherheitszuschlags angesetzt. Hier ist ein Beispiel für 23 Reaktionen aufgeführt. Die DNA wird bei dem Mastermix nicht zugesetzt. Bei dem Ansetzen der Lösungen sollte man stets auf Eis arbeiten, um auch hier unspezifische Reaktionen zu vermeiden. Nach Herstellung des Mastermix kann er in die entsprechenden Reaktionsgefäße aliquotiert werden. Nun können auch die isolierten DNA- bzw. RNA-Proben hinzu pipettiert werden. Das gewünschte Gesamtvolumen von 50 µL ist an dieser Stelle erreicht. Wie in allen Versuchen ist es auch hier wichtig, eine Negativkontrolle mitzuführen. Dazu werden den 49 µL Mastermix 1 µL destilliertes Wasser zu pipettiert. Nun sind alle Vorbereitungen getätigt und die angesetzten Proben können in den Thermocycler, also in das Gerät, welches die drei Schritte der PCR automatisiert durchführt, hineingesteckt werden. Wie die Durchführung einer Polymerase-Kettenreaktion in der Praxis aussieht, soll im Folgenden gezeigt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020